Hallo, schönen guten Abend. Wie heißt ihr? Ich heiße Jose. Ich heiße Valentina. Herzlich willkommen. Wie war der Austausch? Was habt ihr heute gemacht zum Beispiel? Für mich war der Austausch gut. Und heute war ich zur Schule und dann zu Hause bleiben. Und du? Ich habe eine mit meiner besten Freundin getroffen und jetzt bin ich hier mit all meinen Freunden von Ecuador. Und würdet ihr wieder nach Berlin kommen? Na ja, natürlich. Ja, natürlich. Und was hat dir in Deutschland sehr gefallen? Sehr gut, ja. Mein Liebling dort ist Alexanderplatz. Alexanderplatz, sehr gute Wahl. Und du? Was ist dein Lieblingsort in Deutschland? Berliner Mauer. Berliner Mauer. Sehr schön mit alle. Ja, sehr schön. Und auch Alexanderplatz mit Alexa und meinen Freunden. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald hoffentlich. Tschüss. 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 Tschüss, vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.